Hallo, grüß euch. Ich mache heute, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, habe jetzt wieder mal Lust drauf, und zwar auf einen Mohnstrudel. Mohnstrudel mache ich mit Gernteig, und zwar, ich mache ihn heute im Thermomix. Und zwar habe ich da eine Achtel Liter Milch und einen Halmwürfel Gerne, habe ich jetzt einfach im Thermomix bei 37 Grad drei Minuten einfach im Gerne beschmelzen müssen. Ich habe eine kleine Prise Zucker reintun, damit die Hefe was zum Arbeiten hat. Dann habe ich da ein Viertel Liter, äh, Viertel Liter, Viertel Kilo Mehl. Da tun wir eine Aar ein. Das geht natürlich bitte auch mit jedem anderen Rührgerät, gell. Also es braucht euch nichts, weil ich was im Thermomix mache. So sollte ich bleiben. Ich nehme halt das, ist auch wurscht. eine Zitronenschale, die geht nicht so gut, die Reibe wie die eine. Ungefähr von einer halben Zitrone. Angewaschen, das versteht sich natürlich von selber. Dann tun wir eine, einen Esslöffel Ruh. Wo Kinder seid, lasst es das einfach weg, gell. Stadtzucker. Eine Prise Salz. Und ganz ein bisschen 40 Milliliter Öl. Das lasse ich jetzt drei Minuten kneten mit dem Thermomix. Und warte, bis er doppelt so lang, bis er doppelt so groß aufgegangen ist. Ich richte es jetzt inzwischen für die Fülle her. Die machen wir dann auch miteinander. Äh, wenn der Tag gekneten ist und wenn der geht. Während er geht, machen wir miteinander die Fülle. Und dann tun wir die Mohnstrudel füllen und ins Rörl. Und der Mohnstrudel ist einfach was Gutes. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich lasse es jetzt gerade in den Tag kneten. Finde ich da weg. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt machen wir die Fülle. Und zwar habe ich da eine Achtel Liter Milch. Da habe ich 50 Gramm Honig. Und 50 Gramm Zucker. Den tun wir jetzt mit der Milch kochen. Da brauche ich nachher noch 50 Gramm Honig. Da brauche ich nachher noch 50 Gramm Honig. Dann haben wir die Marmelade. Wer jetzt kaput will, hergerichtet ein Grieß, 30 Gramm Grieß. Das tun wir jetzt dann in die kochete Milch einrühren und lassen es so drei Minuten köcheln und dann rühren wir die überigen Zutaten ein. Ich habe da einen Teig, ich muss sagen der Teig ist sehr weich, also könnt ihr ruhig noch ein bisschen mit Mehl arbeiten, das tut überhaupt nichts. Da tun wir noch ein bisschen Vanillenzucker rein, den können wir auch gleich reintun. Das haben wir selber gemacht, das geben wir auch gut. Jetzt kocht es geil, dann tun wir den Grieß rein. Den lassen wir jetzt so drei Minuten köcheln. Zu dem Mohn dazu tun wir ein bisschen Zimt. Das wird schön dick kommen. Lassen wir es ein bisschen köcheln. Ich lasse es jetzt zwei Minuten köcheln, schalte dabei die Kamera aus und tue noch mit euch zusammen im Monat. So, das hat jetzt drei Minuten köchelt. Ich muss mich noch entschuldigen für das letzte Video. Da ist nämlich auch einfach die Kamera ausgeholt. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, dass das heute nicht passiert. Die Säcke vom Herd schalte man aus. Dann tun wir jetzt die Bobi rein, dann lässt es sich wieder ein bisschen leichter verrühren. Und einen Esslöffel Rhum, die wir noch rein. Entschuldigung. Aber das meiste ist daneben gegangen. Es war jetzt mehr wie ein Esslöffel Rhum. Aber wie gesagt, bei uns ist es eher wurscht, weil wir alle Erwachsene sind. Aber es ist mehr auf der Herdplatte als in der Fülle. Da geht es besser mit einem Löffel zum Rühren. Jetzt ist es schön geschmeidig. Und jetzt lassen wir es auskriegen. Das ist die Mohnfülle gewesen. Und die lassen wir jetzt auskirlen. Und ich warte jetzt noch, bis der Tag ein bisschen die doppelte Menge hat. Und wenn ich den Strudel mache, dann bin ich wieder beich. So, der Tag ist schön aufgegangen. Ein bisschen Mehl, mirst es. Und jetzt gehen wir ihn schön ausholen. Beim Gerntag ist es so, dass es sich irgendwie auch wieder zusammenzieht. Da muss man halt eben wieder... Ich bin immer noch, Entschuldigung, leicht verschnupft. Darum schnaufe ich so. So. Dann tun wir die Fülle aufgestreichen. Jetzt benutzen wir den Tippschبر. Dann mit denlaufen stellen. Jetzt scheint die Sonne so einer, ich hoffe, dass es 6 licht. Ich tue nie ganz ausstreichen, sonst quillt euch oben die Fülle raus. Der Tag ist so schön wach, der geht so gut. Ich habe jetzt das Backerl auf 170 Grad vorgeheizt. Ist zwar noch ein bisschen früher, weil wir den Mohnstrudel noch ein bisschen gehen lassen. So, und jetzt tun wir ihn ganz, ganz eng einrollen. Mit dem Verschluss nach unten, dass er nicht auf geht. So lassen wir ihn jetzt noch 20 Minuten rasten. Dann nehme ich jetzt das eine durch. Und dann tue ich ihn mit einbestreichen. Und dann tun wir ihn so circa, ja, ich schätze mal eine halbe Stunde bei 170 Grad auf der zweiten Schiene von unten. Also das ist die mittlere. Dann tun wir ihn bochen. Und, äh, wie gesagt, also 20 Minuten lasse ich ihn jetzt einfach nur da ruten. Und tun ihn dann einfach nur mit einem Ei. Das tue ich ein bisschen verquirlen. Und schön einstreifen, dass er eine schöne Farbe kriegt. Und nachher circa eine halbe Stunde bochen. Wenn er fertig ist, dann zeige ich ihn euch und bin wieder bei euch. Viel Glück! Da bin ich wieder. Der ist ein Traum geworden. Bitte. Ist der nicht schön geworden? Richtig, richtig schön. Und schmeckt, weil ich kenne den, wie gut der ist. Also, ich schneide ihn jetzt auf, wenn er ein bisschen angegrillt ist. Und mache ein Foto und stelle es ins Netz. Und, ja, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und es geht mir wieder total gut. Jetzt muss ich wieder kochen. Ohne Ende. Jetzt kriegst du wieder ein paar Videos aufgeknallt. Und einen schönen Abend noch. Und bitte euch danke fürs Zuschauen. O Cannon. Und da ist es noch ein paar Videos. Bis zum nächsten Mal. Ich schau ihn euch. und davon bebezüglich.